Wir werden die biochemische Fabrik in Tall Hacker ausschalten. Sie liegt in einer feuerfreien Zone auf feindlichem Gebiet ohne eigene Verbündete vor Ort. Betraftet das Personal aus Feinde. Nach eurer Enttarnung könnt ihr mit heftigem Wiedestand rechnen. Borgs, feindliche Luftpatrouille, dieser Weg ist zu gut vor Ort. Wir halten hier die Stellung. Borgs, feindliche Luftpatrouille, dieser Weg ist zu gut vor Ort. Borgs, feindliche Luftpatrouille. Borgs, feindliche Luftpatrouille. Borgs, feindliche Luftpatrouille. Ihre Kameraden sind ausgeschaltet, aber sie haben es in die Anlage geschafft. Laufen Sie einfach weiter. Sie müssen das biochemische Tanklager unter allen Umständen vernichten. Borgs, feindliche Luftpatrouille. Borgs, feindliche Luftpatrouille. Borgs, feindliche Luftpatrouille. Borgs, feindliche Luftpatrouille. ruland,ぇ Koken. Ab ja, Ab ja. Ab ja, Ab ja B 선. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? 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 Was ist das?